Was geht ab Leute, euer Fripsys hier und zwar heute mit einem neuen Video. Und zwar geht es heute in diesem Video um ein etwas kleineres Experiment. Denn Slack und ich haben uns die Frage gestellt gehabt, machen fehlende Türen dein Auto schneller? Und deswegen Freunde, wollten wir das Ganze, beziehungsweise ich wollte das Ganze schon gestern hochladen. Leider habe ich das Ganze per Zeit nicht geschafft und Slack hat das schon hochgeladen. Also falls ihr das schon bei Slack gesehen habt, hoffe ich, dass ihr trotzdem bei mir nochmal einmal kurz vorbeischaut und euch mal meine Sicht der Dinge anschaut und das würde mich dann nochmal freuen. Und dann Freunde, seht es wie folgt aus, lasst mir doch auf jeden Fall auf dieses krasse Video auf jeden Fall ein Like da. Vielleicht schaffen wir die 999 Likes auf dieses Video und Freunde, vergisst auf jeden Fall nicht mir ein Abo da zu lassen, würde mich mega freuen. Vergisst mir nicht auf jeden Fall auf Snapchat und auf Instagram zu folgen, auf beiden Plattformen heiße ich Frips und Schicht YT und ihr erfahrt immer früher, wenn ein Video veröffentlicht wird. So Freunde, jetzt habe ich aber schon genug gelabert und würde dann mal sagen, wir starten mal mit dem eigentlichen Video. So Freunde, und zwar haben wir uns zwei Autos geschnappt und das eine ist voll gepanzert, ganz normal und zwar ist es der Kuruma, der hat alle Türen dran. Dann Freunde, das andere Auto hat aber wiederum keine Türen und wir lassen jetzt beide antreten auf dem Flughafen gegeneinander. Das Ganze wird dann so sein, einer schießt eine Leuchtpistolenkugel und sobald es auf den Boden ankommt, werden wir dann Gas geben und der, der dann halt gewinnt, der gewinnt. Das Ding ist aber auch, Freunde, wir haben das Ganze extra dreimal probiert, um ein genaueres Ergebnis zu haben und ich würde einfach mal sagen, Freunde, stimmt mal jetzt, bevor ihr das Ganze anschaut, rechts oben ab, wer eurer Meinung nach schneller ist, der Kuruma, mit den Türen oder ohne den Türen. So Freunde, und dann geht es dann auch schon jetzt los und dann würde ich sagen, wir starten mal mit dem Test. So, und zwar seht ihr das Ganze wie folgt aus, wir haben hier unseren Kuruma, ich sitze drin und ich schieße jetzt eine Leuchtpistolenmunition und sobald ihr auf dem Boden gelandet ist, Freunde, haben beide Fahrzeuge Gas gegeben. Ihr könnt ja sehen, wir standen fast gleich auf, in diesem Fall jetzt zum Beispiel bin ich, also der Kuruma, mit den Türen ein bisschen früher losgestartet. Aber dennoch, Freunde, können wir jetzt sehen, dass der Kuruma ohne Extrateile, also ohne Motorhaube, ohne Türen, ohne Kofferraum, ohne alles, wisst ihr, wie ich meine, einfach auf jeden Fall schneller ist und das kann man genau hier an diesem Gameplay erkennen, Freunde. Und das finde ich echt eine krasse Sache, dass Rockstar Games sogar an solche Details gedacht hat. Und natürlich haben wir uns gedacht, jo, einmal reicht nicht, also haben wir das das zweite Mal auch probiert. Und da seht ihr das Resultat genauso im Hintergrund, wieder ist der grüne Kuruma ein bisschen später gestartet, aber dennoch könnt ihr sehen, dass er einfach so schön an uns vorbeizieht und wir einfach dabei keine Chance haben. Deshalb, Freunde, würde ich euch jetzt empfehlen, wenn ihr irgendwelche Straßenrennen mit euren Kollegen macht oder so, schießt einfach alles weg oder macht einfach alle Türen etc. kaputt. Wir wollten aber jetzt nochmal genauer, beziehungsweise zu einem Million Prozent sagen können, dass der Kuruma ohne die Türen schneller ist und deswegen haben wir das Ganze noch ein drittes Mal probiert. Ihr könnt sehen, Kuruma in grün macht wieder einen sehr, sehr, sehr schlechten Start und trotzdem, Freunde, kommt er auf eine sehr gute Geschwindigkeit und zieht dann im Endeffekt an uns vorbei. An der Endgeschwindigkeit sind beide gleich, aber dennoch, Freunde, ist die Beschleunigung vom grünen Kuruma, also der ohne Türen, viel schneller. So, Freunde, das soll es aber auch schon hier mit diesem kurzen Video gewesen sein. Ich hoffe, dass euch das Ganze hier gefallen hat. Ist mal, wie gesagt, was anderes hier auf dem Kanal, war so ein kleines Experiment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne könnt ihr das ja auch selber ausprobieren im GTA 5 Online Modus und ihr werdet sehr schnell merken, dass ihr einfach schneller seid, wenn ihr keine Türen, Motorhaube oder Kofferraum habt, weil das Auto dann auch in der Realität halt leichter wäre. So, Freunde, dann verabschiede ich mich jetzt aber hier an der Stelle, wünsche euch auf jeden Fall noch einen richtig freshen Tag und dann würde ich sagen, Freunde, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram und auf Snapchat. Und dann, Freunde, verabschiede ich mich jetzt, wünsche euch noch einen richtig freshen Tag und wir sehen uns dann morgen im nächsten Video. Haut rein, geht in mit dem Flow, euer Frips. Ciao.